Musik 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 Wir müssen natürlich die verschiedenen Fahrtzustände, Bedingungen, äußeren klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Aus dem Grund müssen wir auf der ganzen Welt testen. Angefangen von Südafrika über Frankreich, Schweden, am Nürburgring. Musik Schnee ist eine Bedingung, ist ein Fahrzustand, wo man sehr feinfühlig agieren können muss, wo die Systeme sehr gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn ein System nicht zum anderen passt, hat man ein Problem, man kann das Fahrzeug nicht optimal an Grenzbereiche heranführen. Musik Musik Eine eigentlich sehr simple oder einfache Übung ist das Anfahren am Berg. Aber hier kann man sehr gut die Komplexität zeigen, wo die Regelsysteme mittlerweile beherrschen müssen. Ich stehe jetzt mit meinem Fuß, mit meinem rechten Fuß auf der Bremse. In dem Moment, wo ich aufs Gaspedal übergehe, muss das DSC-Regelsystem weiterhin den Bremsdruck aufrechterhalten. Und zwar so lange, bis der Motor übernimmt und sanft Gas gibt, damit kein Rückrollen ist. Musik Getestet wird's hauptsächlich, indem man Autos kalt oder beziehungsweise über Nacht stehen lässt, auf der Höhe sauber durchkühlen lässt, in der Früh seinen Kaltstart macht, anständig alles mitmisst und dann geht's ans Fahren. Kalt abfahren, kalt den Berg hochfahren, kalt den Berg runterfahren. Das sind alles die Themen, die wir von der Motorapplikation in den Griff kriegen müssen. Musik Musik Okay, Messung läuft. Startknopf. Und los. Musik Macht er gut, man sieht einen schönen Drehzahlverlauf. Die Schwingen ist nicht optimal, aber das kriegen wir alles noch hin. Wir sind ja noch in der Applikationsphase. Musik 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 Untertitelung. BR 2018